Die Arbeitsabläufe der bayerischen Finanzämter sollen effektiver werden. So lautet zumindest die grobe Richtungsvorgabe des Finanzministeriums. Dafür sollen die Aufgaben zwischen den Stammfinanzämtern Memmingen und Kempten und den Außenstellen Mindelheim und Immenstadt neu verteilt werden. Doch was bedeutet das für die Bürger und die Mitarbeiter? Genau diese Frage wollte Franz-Josef Pschierer heute in Mindelheim klären. Denn in den letzten Wochen sei viel unnötiger Wirbel um das Thema gemacht worden. Mir war es heute sehr wichtig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Finanzamt hier in Mindelheim selber persönlich zu sprechen, auch mich der Diskussion und den Fragen zu stellen, weil ich natürlich schon gespürt habe, dass hier durchaus auch Unruhe und Besorgnis da ist, was die weite Entwicklung angeht. Und ich kann heute feststellen, dass das ein sehr ergebnisreiches, sehr interessantes und fruchtbares Gespräch war. Wir haben uns wirklich hier sehr intensiv ausgetauscht und ich hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass die Ängste der Beschäftigten nicht mehr vorhanden sind. Konkret heißt das, die Außenstellen der Finanzämter bleiben auf jeden Fall bestehen. Und weder in Immenstadt noch in Mindelheim werden Stellen gestrichen. Hierfür könne man ganz klare Garantien geben, so Pschierer. Auch werde kein Mitarbeiter gezwungen, den Standort zu wechseln. Das soll, wenn überhaupt, auf freiwilliger Basis geschehen. Die Bürger sollen von den Veränderungen nichts spüren. Wir wollen auch, dass die Ansprechpartner vor Ort, insbesondere die Servicezentren, erhalten bleiben. Die werden definitiv an den Standorten bleiben. Und es wird auch so sein, dass wenn ein Steuerbürger ins Finanzamt kommt, in sein Finanzamt, ob das in Mindelheim ist oder in Immenstadt, er Auskunft über alle Steuerarten erhalten kann. Das heißt, die Bürgernähe und die Servicequalität wird erhalten bleiben. Was man vorhabe, sei das Bilden größerer Organisationseinheiten, erklärte Pschierer in einer Pressekonferenz. Sprich, bestimmte Arbeitsbereiche sollen in einem Amt konzentriert werden. Wie diese Zusammenlegung von Zuständigkeitsbereichen bestmöglich funktionieren kann, das soll nicht alleine das Ministerium entscheiden. Die Mitarbeiter sollen selbst eigene Vorschläge erarbeiten. Diese Vorschläge sollen bis zum 30. April eingereicht werden. Wir werden die dann bewerten. Und ich hoffe, dass wir bis zur Sommerpause dann auch erste Ergebnisse haben und sagen können, so können wir uns diese Optimierung vorstellen, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir wollen keine Versetzungen. Wir schauen uns die räumlichen Verhältnisse an, die personellen Verhältnisse. Und ich gehe davon aus, dass das Ganze dann so ab 2015 wirksam wird. Die Mitarbeiter der Finanzämter können nach diesem Gespräch also beruhigter in die Zukunft blicken. Und auch die Bürger brauchen sich vorerst keine Sorgen, um neue Sacharbeiter zu machen. Um die Steuererklärung werden sie allerdings trotzdem nicht herumkommen.